Das Autohaus Troma ist ein echter Familienbetrieb. Heute, 87 Jahre nach der Gründung, lenkt Geschäftsführer Walter Kleinschuster gemeinsam mit Finanzleiter Werner Kleinschuster und Audi-Markenleiter Günther Kleinschuster die Geschicke des Betriebes. 52 Mitarbeiter, darunter 8 Lehrlinge, beschäftigt das Unternehmen. Hier wird das Fachwissen von den Meistern von heute an die Meister von morgen weitergegeben. Das Autohaus Troma ist ein wichtiger Partner der Region und besticht mit seinem vielseitigen Angebot. Neben Neu- und Gebrauchtwagen beheimatet das Traditionsunternehmen eine moderne Fachwerkstätte, eine Fahrzeugspenglerei, eine Fahrzeugaufbereitungsanlage mit Waschanlage, eine Lackiererei und ein umfangreiches Ersatzteillager. Um für die Mobilitätsansprüche der Zukunft gerüstet zu sein, wird im Jahr 2018 der VW-Schauraum und die Annahme neu gestaltet. Somit wird dem Kunden nicht nur ein spezielles Ambiente, sondern auch weiterhin eine bestmögliche Betreuung geboten. Somit wird das Autohaus Troma auch in Zukunft die Menschen bewegen. Somit wird das Autohaus Troma auch in Zukunft die Menschen bewegen. Somit wird das Autohaus Troma auch in Zukunft die Menschen bewegen. Vielen Dank.